Seid ihm er soll seinen Psychonaut zurückziehen vom Floor. Ich mache ihn persönlich verantwortlich, wenn mir irgendwas passiert, selig, körperlich oder materiell. Das ist ein No-Go-Number, einen komplett dunklen Floor und den Typ auf mich loszulassen, der auf mich rennt. Das ist ein No-Go. Noa, bitte, 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 Garsten, das ist nicht gut. Das geht nicht. Sorry. Ich muss die ertragen, nicht sie mich. Der ist gerade hoch, aber der hat gegen die Tür gehämmert. Geh bitte, ich bin hier alleine geflossen, ja, schon, es gibt niemanden. Der soll die Leute zurückziehen, das ist nie mit dem Zienerbeut. Was glaubt, da will die Doppel nicht stehen, der soll mich in Ruhe lassen. Wer war das? Noa, ja. Noa, ja. Das gibt's gar nicht. Ich will schützen. Das gibt's gar nicht.